Yo Freunde, was geht und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Anal. Ja, wir haben hier ein paar Kollegen mit ins Gepäck eingepackt. Ragny und Schia, die helfen uns nämlich heute. Wie ihr seht ist Kevin nicht dabei und Kevin wird heute richtig hart geprankt. Den kleinen Wichser, den hat es noch nie erwischt. Der ist heute einfach mal dran. Wir haben uns was Übelst Heftiges einfallen lassen. Der wird schreien, der wird heulen. Ich hoffe, dass er heulen wird. Ja, auf jeden Fall wollen wir nicht zu viel verraten. Wir haben ja auch jetzt noch ein paar Sachen vorbereitet. Zwei, drei Gartenscheren und paar Handschuhe. Denn es geht darum, wir werden jetzt gleich ein paar Brennnesseln holen. Die kriegt alle der Kevin ab. Das sieht auf jeden Fall lustig, bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben noch ein paar andere Leute eingeweiht in den Prank. Die sind alle mit Kevin am See. Das heißt, die geben uns Bescheid, sobald Kevin schön am relaxen ist und wir dann schön zuschlagen können. Also wir haben auch hier, wie ihr seht, 29 Grad. 29 verfickte Grad haben wir. Und wir hoffen einfach, dass Kevin gleich schön relaxt und dann blutet. So, wir sind jetzt hier an irgendein Waldstück. Haben einen schönen Platz gefunden mit schön viel Brennnesseln. Werden hier auch ganz schön fleißig eingesammelt. Pascal, was geht's? Direkt wieder hier schon einen kleinen Ausschlag. Die Dinger sind widerlich. Der arme Kevin, der tut mir so leid. Ich hätte einen langen Hose anziehen sollen. Wie viel haben wir schon? Das wird schmecken, Mann. Auf jeden Fall werden wir jetzt so ein, zwei Säcke voll machen. Und dann sehen wir uns später. Bis gleich. So, Freunde. Wir sind jetzt gerade am See angekommen. Beziehungsweise wir müssen noch hinlaufen, weil man da leider nicht reinfahren kann. Und wir haben die Brennnesseln auch am Start. Zeig die gerade mal her. Zwei schöne Säcke voll mit frischen Brennnesseln. Ich hoffe, ihr könnt das gerade so sehen. Ja, und wir laufen jetzt zum See. Wird 15, 20 Minuten noch dauern, weil das eine Strecke ist. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir den Anruf kriegen, dass Kevin endlich mal entspannt. Also bis gleich. Ganz, ganz hinten ist der See. Wir sind jetzt am See angekommen. Die Jungs müssten, beziehungsweise Kevin, müsste sich da hinten irgendwo befinden. Wir warten jetzt auf jeden Fall noch auf den Anruf. Beziehungsweise werden gleich die Kollegen, die vor Ort sind, anrufen. Wir haben jetzt gerade alles besprochen. Michi macht hier den Kameramann. Pascal, versuch die... Ich werde gleich Brennnesseln nehmen und dann schön unter die Eier reiben. Das wird geil. Hier der Ricardo, der wird auch irgendwo wahrscheinlich ans Bein irgendwo die Brennnesseln dran schmieren. Und Schia, irgendwo auch am Körper. Und ich werde mit einer Hand mitmachen und mit der anderen filmen. Okay, ich filme lieber nicht drauf, da ist die Nummer. Hey, was geht? Nix. Ähm, chillt der Kevin? Was? Chillt der Kevin? Ja. Also können wir direkt jetzt los starten? Ja. Alles klar, okay. Wir kommen so in zwei, drei Minuten. Wir tun immer noch ein bisschen was vorbereiten und dann geht's los. Wichtig ist, wenn wir ankommen, sagt einfach gar nichts. Also macht nix irgendwie so. Okay? Jo. Okay, dann bis gleich, Gunnar. Okay. Ich würde sagen, los geht die Action. Das ist der Kevin, Mann. Ey, Pasen, hör auf. Ey, Jungs, was ist denn das, Mann? Doch, der liegt doch da oben. Wo denn? Ey, oder ist der Marco Bloch? Das ist der Bloch? Das ist der Bloch? Sicher? Ja. Nee, Junge, da sah gerade einer aus wie der Kevin. Und wir dachten, der chillt nicht. Okay, gleich, gleich geht's los, Freunde. Ah,よ SMITH! Ah! Ah, so. Ah, ja, IO, jetzt, ah! Ah, ja! Ah, ja, Uhr. Ja joh. Ah va, du bist. Ah, du bist, du bist. Ah, du bist. Dannaun, okay, okay. Uh, du bist. hai, herkos. Aaaaah. Hahaha. Ah, ah, ah. Haha. Ein, ein, ein... Uuuuuhh! Komm, rüber! Ey Schatz, mir brennt die ganze Arme! Brennt's? Wir wichsen halt an! Nein, Schatz! Ah! Okay! Über 18! Wir wichsen jetzt! Über 18! Nimm dir unsere Bummi! Ich bin so ein Schatz! Ey, wie fühlt es sich an, mal geprankt zu werden? Das fickt alles weg! Geil? Tränkchen weg, so, Alter! Wo kommt ihr eigentlich her auf einmal? Komm, wir haben noch ein bisschen Munition! Raus! Komm, raus! Ey! Ich sag dir nur eins! Du chillst grad mit lauter Verrätern! Ich kann die nicht anziehen! Ich weiß nicht! Der ganze Körper ist rot! Das ist alles gut! Ey, hör auf! Ich schaff die Kamera! Stopp! Pause, gell? Ey, die ganze Kamera ist los! Boah, Junge! Das brennt ja überall! Wie muss es dann bei dem brennen? Guckt euch das mal an, wie der leidet! Warte mal! Ich kann die Hose kaum anziehen! Das brennt! Mein Schwanz brennt weg! Hausfahl! Boah, Junge, du hast so verdient... War Junge, wie Rot! Hat der Sonnenbrand oder was? Ja! Wie lange warst du in der Sonne? OT darin! Ohohohohohoh! Warte mal! Schei! Ey Freunde, bitte guckt euch das mal an! Ist das nicht heftig? Komm jetzt mal, warum guckt hier überhaupt alle? Du weißt, wie du doch schnackstädig bist! Erst mal ab! Heute Nacht bei dir schnackstädig im Arsch, Alter! Was bist du für ein ... äh ... So, Freunde, das war's mit dem Prank an Kevin. Erster Prank an ihn und direkt sowas. Aber das hat ein richtiger Kevin einfach verdient, oder? Nee, hat er nicht. Ihr wisst Bescheid. Gibt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.